BeechTech Seit 1991 steht BeechTech für professionelle, wirtschaftliche, umweltfreundliche und effiziente Strandreinigung und perfekt gepflegte Strände. Mit einer umfassenden Modellpalette sorgt BeechTech vom kleinen Hotelstrand bis zu weitläufigen, großen Sandstränden für perfekte Sauberkeit. Mit einer patentierten flexiblen Rechen- oder Siebtechnik oder einem Mix von beiden kann der Fahrer stufenlos die gewünschte Reinigungstechnik kombinieren, um einen perfekten Reinigungserfolg zu erzielen. Selbst feinste Schmutzteile werden aus dem Sand gesiebt. BeechTech-Fahrzeuge haben sich auch hervorragend bewährt bei der Beseitigung von Ölkatastrophen. BeechTech ist in mehr als 80 Ländern der Erde im Einsatz. Die deutsche Qualität und Ingenieursleistung ist weltweit gefragt. Paradiesische Traumstrände – made by BeechTech untertiteltung im Auftrag von funk und in der Mitte des ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF